so willkommen zu einer neuen folge pokémon go und es ist montag das heißt es ist wieder max out monday zeit wir machen einen kleinen stargast zu hause hier sitzen auf dem sofa wollen wir mal die kamera rumdrehen ich weiß es nicht schwitzt aber nicht schüttelt schon mit seinem haar das heißt er bleibt einfach sitzen ihr seht ihn aber bestimmt noch wir wollen nämlich auch mal einen stream zusammen machen habe ich gehört was ganz besonderes womit keiner rechnet ich habe ein paar sachen noch auf lager erstmal möchte ich euch sagen bereitet euch auf giratina vor indem ihr in den shop geht und münzen aufladen bei mir geht das schon wieder nicht was ich hier gesehen habe es sind schon wieder ein paar boxen drin die ich fast verpasst hätte hier guck mal hyperball box 30 nimmst du mit hier event box mit einem fanrate pass nimmst du mit die werden ja immer wieder reingestellt und aktualisiert guckt öfters mal in euren shop rein wenn ihr jetzt nicht wisst wann die woche um ist und wann der rest geht und hin und her nehmt auf jeden fall diese event box mit was ich schade finde ich wollte eigentlich gerade noch münzen aufladen und gerade für die kommenden giratina raids giratina morgen ab 10 uhr ist der raid boss wechsel ab 11 uhr können dann die giratinas aus den eiern schlüpfen wenn ich jetzt aber hier auf diese münzen gehen will die kaufen steht plötzlich paypal von poopsie drin obwohl ich das gar nicht kennen dann musste ich immer auf ein anderes handy musste im anderen handy in den shop mit meinem account da konnte ich auf meinen google guthaben zugreifen was ich hier gar nicht auswählen kann jetzt habe ich 161 euro guthaben noch aber es zeigt mir im shop an nicht genügend gut haben ich hätte nur 90 obwohl ich es aufgeladen habe ich weiß nicht was da schon wieder ist der shop die ganzen google konnten alles durcheinander macht auf jeden fall wieder heftig faxen und deswegen kann ich jetzt nicht aufladen werde aber noch ein bisschen aufladen denn momentan habe ich ja hier diese 15.000 münzen die leute die leute fragen immer woher hast du so viele münzen gibt es da nen cheat gibt es da nen hack gibt es da sonst was einfach kaufen einfach kaufen aufladen ganz natürlich mit google guthaben umsetzen in coins das ist das worauf es ankommt jetzt möchte ich erst mal fix hier nachholen vom city haben wir ja zwirfinst entwickelt als hunderter mit city attacke das muss ich mal ganz genau hingucken gut sieht er ja da ist spukball hier haben wir finster auch hier mal spukball das müsste also das zwirfinst sein vom city habe ich nicht gemäxt möchte ich jetzt maxen es ist max out monday der hat auch geist moves am start das heißt den könntet ihr zur not sogar gegen giratina einsetzen wir ziehen jetzt mal hier hoch auf level 50 kostet 400.000 staub kommt genau auf 2700 wp das ist sicherlich nicht schlau den hätte man sicherlich auf 25 oder so machen können und vielleicht in pvp spielen oder auch nicht sagt ihr mir das ob ihr den in der pvp liga spielen könntet würde spukball noch eine andere attacke vielleicht drauf aber gut da ist rein geist sollte man vielleicht trotzdem einfach wir können ja noch mal eine neue attacke drauf packen auf ein gemäxtes level 50 immer mal eine neue attacke geben für die sammlung jetzt hat er noch psycho kinese das war also mein hunderter jetzt auf level 50 zwirfinst mit 2700 guckt euch an so sieht er aus drei sterne vier sterne perfekt in vorbereitung auf giratina möchte ich eben noch ein paar conter von giratina pushen insofern das überhaupt möglich ist dafür nehme ich mal das zeige ich euch jetzt mal exklusiv hier meine go tool app ich erwähne so oft die go tool app die meisten leute kennen die nicht die meisten die sie kurz sehen fragen immer was war das für eine app wie hieß sie noch mal kannst du das noch mal zeigen ich finde die go tool app so genial ich werde noch mal kurz hier auf aktualisieren drücken die zeigt euch eigentlich alles alles was ihr wissen müsst die zeigen euch alle infos für den c day die zeigen euch alle rates an stufe 1 bis 5 was dann da drin ist was wechselt was wie kommen die mega rates x rates wenn es welche gibt die feldforschungen die die event eier was aus welchem ei kommt hin und her hier gibt es verschiedene sachen was ich immer cool finden ist dass man sich gerade die rates auch angucken kann hier stufe 1 momentan jetzt gerade wohl paras pan flamm klick und so wie es ja schon vorgegriffen gibt es lichtel rates grad ist das vorbereitung oder wechseln die morgen noch mal es ist immer so ein bisschen ihr könnt das alles euch angucken da stehen dann auch immer conter dabei die ihr alle nutzen könnt ihr könnt hier auf kopieren und hab dann die ganzen leute dabei was für uns wichtig ist jetzt ist aber das hier fünfer rates ich gucke immer mal hier gerade wenn ich den community rate mache hier auf diese liste dann sehe ich genessekt 1 bis 12 oktober morgen ist also der wechsel dann kommt kiratina 12 bis 22 oktober jetzt hier die hunderter werde 19 31 bis 24 14 das ist der mit wetter boost also 19 31 normal das hunderter wetter boost hunderter 24 14 ihr seht wie viele leute hier ungefähr braucht ihr seht bei welchem wetter das verstärkt ist ihr seht ob es shiny sein kann oder nicht genessekt war nicht shiny also konnte nicht shiny sein diese form giratina kann wieder shiny sein und ihr habt ihr top connor ihr seht hier mega ganger zum beispiel palkia hundemon also mega hundemon sicherlich ihr seht drachen ihr seht geist angreifer ihr seht und licht angreifer und ich werde jetzt was mache ich gehe einfach auf kopieren jetzt habe ich automatisch die pokedex nummern der pokemon kopiert die gut sind gegen giratina werde jetzt hier wieder rausgehen hier ist auch schon für darkrai alles angezeigt das sind natürlich wieder andere darkrai aber ein anderes thema und ich möchte jetzt hier in der suche einfach mal diese kopierte nachricht eingeben seht ihr wie das hängt und so ist es dann beim pvp wenn der pvp zockt und das hängt so extrem das ist halt einfach richtig richtig doof sagen wir mal ja jetzt sind wir hier auf unserem ganger das ist ein best buddy der hat 100 prozent der ist auch schon auf level 50 gezogen mit dem mache ich immer die mega entwicklung der wird auf jeden fall dann genutzt auch gegen giratina hat hier dunkelklaue finster faust spukball gerade drauf braucht man sonst noch mehr ganger reicht eins was man als mega entwicklung nimmt oder würde ihren sechster team ganger einfach mal pushen schreibt es mal rein was haben wir sonst noch da dragoran dragoran ist ja auch auf level 50 gepusht feuer odem wutanfall drachen klaue das ist das einzigste pokemon wo ich sag ihr braucht keine seeder attacke seeder attacke dragomedeor ist einfach schlecht brauchst du nicht pack die weg nehmen lieber wutanfall mit rein kannst du immer erlernen sieht auf jeden fall gut aus ist auch auf level 50 hier gezogen ein paar andere auch aber wo ist ein bisschen krypto dragoran ist das relativ gut nein das ist relativ schlecht das ist mir zu schlecht sonst hätte man auch ein krypto dragoran vielleicht mal pushen können aber ich sehe ich habe ich gerade keine excel bombs mehr mega hundemon da mal eins zu machen wer der standbau geknirscher ist auf level 50 äh hat nur zwei attacken ich glaube dem können wir auch mal noch eine ladeattacke beibringen einfach so dass es halt komplett ist dass das ein hunderter auf 50 ist mit zwei ladeattacken hat jetzt hier feuersturm noch mit dabei den mega entwickeln das würde auf jeden fall auch gut funktionieren habe ich das beim dragoran hatte ich das beim ganger hatte ich das genau ich glaube ich habe ja auch gar nicht so viel zu pushen weil die meisten dinge die ihr jetzt hier nehmen würde für giratina sind dinge die man eben sowieso oft benutzt und deswegen schon gepusht hat bruder lander haben wir hier am start bruder lander ist auch ein glücks hundertprozentiges was beim tausch damals nach dem cd erhalten wurde 13 erförter ich habe meins entwickelt mein shiny ich war glücksfreund mit pupsi wir haben direkt im video getauscht und es ist lucky geworden also weil wir glücksfreunde waren sowieso aber es ist einfach ein hunderter lucky bei mir geworden und das habe ich dann hochgezogen 13 erförter war ein richtig fetter tag ist ja auch hoch gemäxt wutanfall drachenrude und komm hier geben auch noch mal eine neue attacke drauf das hat jetzt nicht viel mit maxen zu tun aber halt dann mit aufwerten noch perfekt machen wir haben ja auch noch ein paar xl bonbons übrig ansonsten das bräuchte xl bonbons 37 37 37 34 irgendwo rennt noch eins rum ich muss sie mal kurz bewerten ich muss mal kurz schauen dass das noch ein hunderter das wäre noch ein hunderter wir pushen da einfach auch noch mal was drauf wir haben ja noch ein paar bonbons übrig dass wir überhaupt was gepusht haben hier 37 49 ich glaube ich habe noch ein lucky auch übrig jetzt hätten mal nämlich fünf und hier unten hängt noch eins rum mit 100 prozent und hier ist noch ein lucky dieses lucky dürfte glaube ich auch 100 prozent haben also nehmen wir das wie hoch braucht das auch 296 das reicht leider nicht wir machen es aber trotzdem mal auf 40 da seht ihr dass der staub auch gar nicht so teuer ist machen es erstmal so wir machen so nicht auf 50 wir geben hier 129.000 staub auspacken das auch auf 3749 habt ihr eine ganze bruder lande armee hier mit bis wutanfall bis könnte man jetzt erst mal noch ändern natürlich auf feuerzahn nicht sondern auf drachenrude genau so wie sieht es mit dem bruder lande aus ist das ein gutes ist das kein gutes das ist nicht so gut das lassen wir einfach wieder weg habe ich jetzt hier überall drachenrude wutanfall drachenrude wutanfall drachenrude wutanfall würde passen das ist ein 96er aber das hat nicht die siede attacke denn das hatte ich vorher ich möchte jetzt aber da auch keine lade tm ausgeben das scheinig hat eigentlich auch weg braucht eigentlich auch kein mensch raiquaza raiquaza ist auch gemax auf level 50 drachenrude wutanfall und hat auch orkan ist auch mit best buddy schleife das hat der kenny damals gefangen weil er unterwegs war ich mache fix einen raid mit da kam das und später kam dann noch ein hunderter das ist das hier sieht man zack nochmal 100 prozent ist auf jeden fall auf 40 die anderen sind auch alle auf 40 sind aber höchsten 96 prozent das heißt auch bei raiquaza muss ich eigentlich nichts machen knackrack dasselbe drachenrude erdkräfte haben wir da keins mit doch hier ist eins hier ist eins mit best buddy schleife drachenrude wutanfall sandgrab das hat kein erdkräfte was er die siede attacke war könnte man hier noch eins nehmen mit erdkräfte und da eine attacke drauf wir machen da auch mal noch eine attacke drauf einfach so vielleicht machen wir den auch mal zu best buddy jetzt hat er feuersturm drei feuersturm machen wir aber weg wir wollen wenigstens wutanfall drachenrude wutanfall erdkräfte lassen wir erst mal so auf jeden fall knackrack sind auch einige am start da geht auch nicht mehr viel zu maxen die jalga dasselbe ding auch best buddy gemäxt das ist das hunder da auch geht auch nichts mehr maxen feuerodem donner eisenschädel könnte man natürlich jetzt erst mal wieder um ändern auf dragometeor wo eisenschädel hätte ich eigentlich lassen müssen eigentlich ich komme eigentlich kaum dazu donner einzusetzen ich mache lieber madonna weg und eisenschädel wieder drauf jetzt könnte man den auch natürlich zum raiden nutzen oder immer noch ein bisschen in der gbl also den haben wir hier oben 694 xl bonbon wir könnten sogar den noch nehmen und maxen auf 4555 komm das mache ich jetzt einfach mal dann habe ich zwei level 50 ja die jalga und diese zahl 4555 finde ich eigentlich richtig cool feuerodem eisenschädel donner ist auch so ähnlich machen wir jetzt aber auch falls wir es einsetzen für den raid mal dragometeor drauf und das dürfte ein 98er sein das habe ich sonst immer genommen für die raids so damals zwei gemäxte rest ist uninteressant da sind trotzdem immer noch ein paar dabei die relativ gute werde auch haben aber die ich jetzt erstmal hinten anstelle palk ja dasselbe ding ist auch ein hundertprozentiges ist auch gemäxt ist auch schon best buddy hat auch drei attacken drachenrude drago meteor und nassschweif weiß ich was man sonst noch macht müssen wir aber auch nichts dran pushen dann sind noch ein paar andere dabei die haben ist auch ein 98er hier ist noch ein 96er na gut da fehlen die bonbons da können wir nichts mehr dran machen das sind die shinies da ist da kreis selber was dann erst noch kommt da habe ich zwei auf 40 ein 98er und zweites 98er stand paugel spukball stand paugel spukball dass ich auch erstmal so drin gehen ja eh nicht höher da wird aber die jagd eröffnet auf ein hunderter auf jeden fall regira ist auch auf 40 geht noch nicht höher gibt so nicht shiny war noch nicht wieder mit dem raider bei feuerzahn hitze koller drago meteor lassen wir den halt als feuerangreifer drin kann ich leider jetzt auch nichts mehr hochziehen genau hier auch 4038 als elektro angreifer natürlich auch mit wutanfall hinten dran aber ansonsten ladestrahl stromstoß also level 40 auch hunderter also können wir auch noch mal zeigen 100 prozent ja und beim regierahmen das ist ja auch aus einem glückstausch entstanden wo es auch ein video davon gibt fand ich auf jeden fall auch richtig cool da sind auf jeden fall sehr stark angreifer dabei das sind auch die die mir jetzt vorgeschlagen wurden wenn ich diese zahlen eingeben das heißt ich bin eigentlich gut gerüstet für giratina wenn giratina kommen das war die giratina konter edition ein paar sachen noch gepusht aber das meiste war schon gepusht es sind viele drachen dabei sind viele geistangreifer dabei ich bin gespannt ich werde xl bonbons farmen denn wie gesagt ich habe ja bei giratina wenn wir das mal hier eingeben können wir noch mal schauen giratina und vier sternchen seht ihr ja ich habe ein giratina mit beinen was 100 prozent hat und ich habe ein fliegendes giratina sogar als shiny lucky mit 100 prozent die wollen auch beide auf level 50 gepusht werden das heißt ich brauche ganz viele xl bonbons auf dem weg dahin kommt vielleicht sogar noch ein hunder wer weiß es schon wäre dann aber natürlich dass mit den beinen weil das andere ist noch nicht da das muss auch irgendwann noch hier als best buddy gemacht werden wie sind die attacken hier feuerodem drachen klaue drachenrute unheil böhen die lasse ich erstmal da kümmere ich mich dann drum wenn ich in einer anderen folge max out monday diese 2 auf 50 springe habt ihr bock auf giratina schreibt es mal in die kommentare wie gesagt morgen 10 uhr raid boss wechselt 10 uhr wechseln die eier ab 11 uhr können die eier aufgehen ich habe mein ziel ganz klar vor augen diese beiden giratina auf level 50 zu bringen werde dafür jeden raid den ich sehe spielen werde jede einladung die ich sehe annehmen werde am wochenende bei raids für zuschauer auch mitmachen werde die raid stunde auch wieder übertragen spielen und vielleicht sogar mehrmals spielen oder gucken oder machen auf jeden fall bin ich über einladungen immer sehr erfreut gerade jetzt wenn es um giratina geht ansonsten war es das von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer moment ramses